Hallo, danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Heute mal Thema, wo wir da aufgreifen an dem 335D, weil es einfach einmal Sinn macht, über Wassermethanol zu sprechen. Wie ihr wisst, ist man ja mit einer Kraftstoffpumpe, weil es ja ein Mata-Motor, eben mit der R90-Pumpe begrenzt, wo man irgendwo zwischen 470 bis 480 PS einpendelt und das ist das Maximum, was die Pumpe so schafft. Ganz eine gute, frische Pumpe schafft, vielleicht einmal 490, aber dann ist Schluss. Es gibt eigentlich immer nur, meiner Meinung nach, irgendeinen Grund, warum man so eine Wassermethanol-Einspritzung fahren sollte und wann es auch Sinn macht, so eine zu fahren. Und bei dem Auto ist das der Fall. Eine Wassermethanol-Einspritzung macht immer nur dann Sinn, wenn ich noch Luft zur Verfügung habe und mir der Kraftstoff schon ausgeht. Und das ist in dem Fall einfach so, die R90-Pumpe schafft halt die 470-480 PS und man hat aber noch Luft zur Verfügung und könnte da noch Leistung fahren, aber man kriegt einfach keinen Kraftstoff mehr in den Motor. So, und das ist der Punkt, wo so eine Wassermethanol-Einspritzung dann einfach Sinn macht, weil dann kann ich die restliche Luft, die noch zur Verfügung steht, wirklich vernünftig nutzen, kann das über die Wassermethanol-Steuerung dosiert einspritzen, zu den Zeitpunkten, wo einfach das auch Sinn macht. Das bringt ja auch nichts wirklich von Drehzahllehrlauf bis in Drehzahlbegrenzt, da jetzt neu zum Fluten, wie bescheuert. Das macht keinen Sinn, da wird man auch so eine starke Rauchentwicklung und extreme Brennraumdrücke und Temperaturen nicht viel Nutzen davon haben. Wassermethanol ist generell immer so ein Thema, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Da können auch viele Fehler passieren beim Einbau, wenn da keine Rückschlagventile rein sind. Wenn das unsachgemäß benutzt wird, unsachgemäß eingestellt ist, ihr müsst immer denken, Flüssigkeiten lassen sie nicht verdichten und ihr bringt da Flüssigkeit im Brennraum ein. Natürlich verdampft der durch die extreme Hitze, aber das ist nicht zum Vernachlässigen, weil wenn da irgendein System einen Fehler hat und da dann wirklich einmal ein Zylinder oder das Auto schräg steht und das irgendwie in den Motor reinläuft, alles schon passiert, also das sind keine Ausnahmen, von denen ich da rede. Also wir haben da wirklich schon sehr, sehr viel gesehen, was da mit Fehlverbauungen und solchen Sachen halt passieren kann. Dann startest du und dann kann halt sein, dass dir dein Motor das Bläuel unten rausknickt oder sonst irgendwas, weil wenn der einen Wasserschlag kriegt, das ist nicht zum Spaßen. Also so ein WMI, das muss wirklich ordentlich verbaut sein, die ganzen Sicherheitskriterien müssen da erfüllt sein und wie man sieht, man kann das auch so einbauen, dass man da wirklich im Motorraum gar nichts erkennt, dass da wirklich nichts sichtbar ist. Wo da jetzt irgendwelche Düsen oder sowas verbaut ist, also das kann man schon vernünftig machen, dass das auch im Alltagsbetrieb funktioniert. Ja, um nochmal auf das Thema einzugehen, wann macht so eine Wassermetanoleinspritzung Sinn? Die macht immer nur dann Sinn, wenn ich mit meiner Kraftstoffpumpe, die schon als Upgrade verbaut ist, einfach ans Limit komme und da einfach keinen Kraftstoff mehr zur Verfügung habe, dann macht es Sinn, eine Wassermetanoleinspritzung an so einem Fahrzeug zu fahren, weil dann kann ich da nochmal Kraftstoff in die Verbrennung einfach einbringen und da auch nochmal 20, 30, 40 PS, je nach Setup, je nach Motor finden am Diesel. Thema Wassermetanoleinspritzung am Otto, am Benzinmotor, da werden wir separat nochmal ein Video dazu machen, das werden wir euch am 1er zeigen, wie das da ausschaut, da ist das ganz ein anderes Thema. Der Otto funktioniert ja grundlegend anders wie so ein Dieselmotor und da ist das ein ganz anderes Thema, das schauen wir uns separat an. Ja, das Ganze ist da jetzt schon mehrere Jahre verbaut, wir haben da angefangen mit dem ganz normalen Snow Performance Controller, das hat funktioniert, das war eigentlich okay, haben uns dann aber irgendwann entschieden, dass wir da auf das WE-Datendisplay mit WMI-Steuerung umbauen und da kann man halt jetzt dann wunderschirrende verschiedenen Modis einstellen, kann das alles mit dem Laptop programmieren, kann in dem Komfortmodus, Sportmodus, der da zur Verfügung steht in dem Display, kann man verschiedene Dosierungen von dem Wassermetanoleinstellen und das ist natürlich eine super Sache, weil dann kann ich wirklich für jeden Fahrbetrieb, den ich habe, wirklich das Optimale rausholen und muss da einfach nicht wie bescheuert reinfluten, weil das ist etwas, was man da überhaupt nicht brauchen kann. Ja, soll es da Fragen geben zum Thema Wassermetanoleinspritzung für euer Fahrzeug, schreibt es uns gerne E-Mail, schauen wir uns an, müssen wir immer individuell natürlich auf das Setup achten, wenn man da natürlich Möglichkeiten hat, die Hochdruckpumpe abzugraden, ist das natürlich nicht der erste Schritt, gleich ein Wassermetanoleinspritzung zu verbauen, da macht es einfach mehr Sinn, einmal die größtmögliche Upgrade-Hochdruckpumpe zu verbauen und wenn dir dann wirklich am Limit ist und noch Luft zur Verfügung ist, ganz, ganz wichtig, ohne Luftüberschuss bringt also ein WMI eigentlich fast gar nichts, außer dass alles raucht, wie blöd und extrem belastet wird. Ja, solltest du da Fragen geben, schreibt es uns gerne E-Mail, Antwort mache ich gerne oder in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und in diesem Sinne, Ende Gelände. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und in der Kommentare. Vergesst nicht, dass du написst, den Kanal zu abonnieren, concluded wir, bevor wir sehen, wονitzen,